Der Herr hat sich zu erledigen. Der Herr hat sich zu erledigen. Der Herr Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ihm ist gegeben alle Macht in den Himmeln, so wie auch auf Erden, weil er sitzt zu Rechten des Vaters. Und er, Jesus Christus, wird bald wieder kommen auf diese Erde, in Herrlichkeit, Pracht und Vollmacht zu richten, die Lebenden und die Toten. Amen. 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 Amen.